Das ist euch alle hier zu haben. Wir stehen ja dort, schreiben Songs, machen irgendeine Scheiße und spielen die Auftritte nach. Oder immer, ja, beim nächsten Content macht den schon so. Dann Hannes dem Uf, mach ich jetzt und glaube ich, ey, wir brauchen einen Part mit den Füßen. Und jetzt ist hier zum ersten Mal wirklich Publikum. Ich hoffe, wir fliegen hier nicht raus wegen dem tollen Vermieter. Aber egal, weiter geht's mit Teasons. Viel Spaß. Wir reden mehr Spiel, bitte. Teasons. Wir reden mehr. Wir reden mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020